Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Klar. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Sie findet auch den Schatz und möchte die Welt vor ihm schützen. Sie füllt eigene Zeichen ein und malt Zeichen auf die Stecketiketten. Es gibt aber Zeichen, die nicht auf den Stecketiketten auftauchen und auch nicht in den Spielregeln erwähnt sind. Sie kennzeichnen die drei Würfel. Ich fand es eigentlich cool. Und ich hoffe, mein Vater auch. Also natürlich musste er sich manchmal gegen seine Frauen durchsetzen. Vier an der Zahl. Aber er hat das schon mal ganz gut geschafft. Ja, vielleicht war er deswegen so powerful. Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und hab sich das angeguckt. Und ich meinte, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst. Das war für mich das Größte. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020